Hallo und herzlich willkommen zurück zu Flowey Tale, einem Spiel von Flowey für Flowers gedacht. Ja, keine Ahnung, ich habe absolut keine Ahnung, was mich jetzt erwartet, aber ich bin unglaublich gespannt, was jetzt kommen wird. Übrigens, ich glaube, ich habe herausgefunden, dass dieses Kind Frisk heißt, oder so heißt es zumindest allgemein im Internet, Frisk, keine Ahnung, ob das wirklich ein Name ist oder mehr so ein Spitznamen oder irgendwas in der Art. Die End, um, okay. What? Finally raised? What? 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 Howdy! It's me, Flowey. Flowey the Flower. I owe you huge thanks. You really did a number on that old fool. Without you, I never could have gotten past him. But now with your help. He's dead. And I've got the human souls. Aber warum die Blume? Boy, I've been empty for so long. It feels great to have a soul inside me again. Hmm, I can feel them wriggling. Oh, you're feeling left out, aren't you? Well, that's just perfect. After all, I only have six souls. I still need one more. Before I become God. And then was my newfound powers. Monsters. Humans. Everyone. I'll show them all the real meaning of this world. Oh, my God. Oh, and forgot about escaping to your old cell file. It's... It's gone forever. But... Oh, God. But don't worry. Your old friend, Flowey, has worked out a replacement for you. I'll save over your own death. So you can watch me tear you to bloody pieces. Over and over and over. What? Do you really think you can stop me? You really are an idiot. Oh, my God. Oh, my God. Scheiße. What? Okay, wenn ich ein, was nicht erwartet habe. Ähm, kann ich mich bewegen? Nein, okay. What? Was? 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 Ähm, ich behaupte... Okay, 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 okay. What? Fals. 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 Ein Damage. Ja, genau. Genau. Das ist... Was? Ähm. Ja, genau. Warnung. Blau's Herz. Blau's Herz. Was ist da, blau Leute? Das ist... Das ist... Das ist klar, ne? Das ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Ich finde... Oh. You called for help. Oh mein Gott. Oh. Oh. Okay. Hey. Ich... Ich finde es schrecklich. Ich kann die Aufnahmen, wenn ich nochmal anfangen... What the fuck da oben? What? Was ist das? Das Spiel nimmt... What? Ich... Fünf Damage. Ja, Mann. Das ist so... Ich weiß nicht, ob ich diesen Kampf gewinnen soll. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Oh. Oh. Irgendwie... I called for help. Ha. Okay. Ich bin jetzt erstmal gut, dass ich über... Ich kann dieses... Also wenn jetzt der Spiel... Der Speicherstand wirklich gelöscht ist... Dann kann ich... File Saved? Dann kann ich auf jeden Fall schon mal nicht... Der... Der ladet meinen Speicherstand? Da unten steht live... File Saved? What? Oh mein fucking Gott. File too loaded. Also der ladet meinen Speicherstand, um mich irgendwo wieder in eine Gefahrensituation reinzuladen. Okay. Ähm... Das sollte nicht zu schwer sein. Okay. Vergiss das... Äh... Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin behindert. Okay. Äck, 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 äck. You called for help. Ähm... Ich könnte diese Aufnahme nicht nochmal neu anfangen. Das ist das Schöne. Also das ist beziehungsweise nicht das Schöne. Wenn ich... Ich bin nämlich überhaupt nicht zufrieden mit der Stimme, die ich für die Blume gemacht habe. Für Flauie. Und jetzt... Jetzt bin ich halt damit quasi... Jetzt ist es halt so, wie es ist. Kämpfe! 14! Ja! Genau! 14 Schaden! 14 Schaden! What? Also ich scheine auch noch nicht mal sterben zu können oder irgendwas. Ähm... This is all just a bad dream. And you are never waking up. Das... Das ist so good. Das Spiel hat sich jetzt hier nach geschlossen. Nach, nach dieser... Diese ha, 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 ha. Äh, sequence. Und wenn ich sie jetzt wieder öffne, steht da einfach nur, he, he, he. Ich habe... Ich... Ich weiß nicht mal mehr, wie ich diese Aufnahme gestalten soll. Ich muss jetzt mit allem, was ich jetzt hier kriege. Ich kann keinen zweiten Versuch starten. Das ist einfach... Oh mein Gott. Did you really think you was gonna be satisfied? Killing you only one time? Okay, und von da an kann ich es immer wieder probieren. Und ich denke, ich werde viele, viele Versuche brauchen. Und wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, dann werde ich euch im Endeffekt den Run zeigen, der es gewinnt, denke ich. Falls ich das gewinnen kann, ich habe keine Ahnung. Oh, das ist so grotesk. Das könnte wirklich aus einem Silent Hill sein. Hallo. Danke. Danke. Das hilft mir gerade. Was ist das? Das ist was anderes. Das ist was, was ich noch nicht hatte. Okay. Trapped, destroyed, slaughtered, murdered, doom, horror destroyed. Oh, mein Gott. Nein, nein, ich komme da nicht hin. You called for help. Aber wen rufe ich denn? Hope, luck, dreams, freedom, happiness. Ich habe kaum Leben dadurch bekommen. Ja, genau. Speicher mein... Das ist so... Das ist so abartigend. Oh Gott, ich werde... Das ist so einer auf dem Scheiß. Ich barreck hier doch. Okay. 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 Kein Problem. Kein Problem. Was zur Hölle ist? Oh. Okay. Ja. Call for help. Ich brauche Papyrus. Wir brauchen einen leckeren Spaghetti. Spaghetti-Os. Komm. Spaghetti. Wenn da jetzt nicht Spaghetti rausfliegen, dann bin ich enttäuscht. Das sind keine Spaghetti-Os, aber es sieht ziemlich gut aus. Oh. Leben, 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 leben. Okay. Das sieht gut aus. Oh. Das erinnert mich total an. Ähm. Ah. Wie heißt das? Das Spiel. Äh. 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 Mother. Da gab es auch so einen total grotesken Endboss. Ähm. Wie hieß der? 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 Oh mein Gott, die flaue Bombe. Ähm. Oh. Wie hieß der? Warte. Oh mein Gott, nein. Ja. Das ist ein... Ähm. Ähm. Stellt euch mal vor, ich mach das Ganze im Pazifisten-Run und hab da nur 20 Leben oder so. Ich weiß nicht, ob sich das auf dem Endboss-Kampf dann hier... Pathetic. Now you're really gonna die. Was zur Hölle ist das für ein Haufen Dreck? Ich weiß nicht mal, ob ich sagen soll, dass es nicht zum Spiel passt. Oder ob es passt. Oder was auch immer. Aber was zur Hölle? Einfach nur... Äh. 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 Ich kann nicht sagen, dass es nicht irgendwo zum Spiel passt. Oh. Fatsch. Oh. Ähm. Okay, 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 okay. Es schießt genau in die Richtungen, wo ich bin. Äh? Äh? Kannst du bitte ein... 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 ein Eck draus schießen? Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Liebe? 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 Ja, danke. Nicht so viel Liebe, wie ich erwartet hatte. Was? Ich will... ich will da rein. Leute. Ich will da rein. Komm, seid... ich will ein Teil von euch sein. Ich frag mich... ob diese Sachen, diese grünen Sachen etwas symbolisieren von den jeweiligen Leuten. Oh, Flowey's Defense dropped to zero. Jetzt muss ich noch einmal fighten ab. Oh. Okay. Okay. Ich hab... ne, jetzt würde ich nicht schaffen. Ich würde es trotzdem nicht schaffen. Das ist ja abartig. Ach, gibt's nicht irgendwo einen blinden Punkt, den man nicht trifft? Ach. Warte, vielleicht... Oh, Gott. Ich probier's wirklich. Ich probier's wirklich. Ganz ehrlich. Ja, genau. Hope. Komm. Du kleine Hurenblume. Das ist das Letzte, was ich tue! Oh Gott! Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so angespannt war bei eines Kampfes. Oh Gott! Oh mein Gott! Komm! Komm mit mir! Komm mit mir! Komm! Oh Gott! Keine Ahnung, was das war, aber es sah aus wie ein... Wie ein... Ein Companion Queue! Was? Fuck! Komm! Pflaster! Wie ein Pflaster! Oh Gott! Fuck you! Fuck you! Dreckige Drecksblume! No! No! This can't be happening! You! 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 File loaded! Schme... Echt? You idiot! Er schlägt immer wieder unseren Speicherstand und um es aufs Neue umzubringen! Oh, ich hab überlebt! Oh, warte! Hehehe! 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 Did you really think you could defeat me? I am the God of this world! And you... You're hopeless! Hopeless and alone! Call me, that's right! You worthless friends! Can't save you now! Call for help! I dare you! Cry into the darkness! Mommy! Daddy! Somebody help! See what got it done! Ahem! What good it does! Okay... You called for help! But nobody came! Boy, what a shame! Nobody else! It's gonna get to see you die! Doreal can't be this time if you were the one of us! What! How did you... While I just... Blood failed! Uh oh! Uh oh! Where are my powers? Oh! There's someone! The souls! Yes! He has... Was machen sie? Nein! Nein! Du kannst nicht das tun! Du solltest mich beobachten! Stopp! 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 Verdient hätte sie es! Oh nein! Warum kriege ich jetzt halt diese Zickblume die Möglichkeit zu sagen? Oh no! Alles kein Thema! Ich werde sterben wenn ich hier... Nein! Was machst du? Du denkst wirklich, dass ich nichts davon gelernt habe? Nein! Sparing me won't change anything! Killing me is the only way to end this! If you let me live... I'll come back! I'll kill you! I'll kill everyone! I'll kill everyone you love! Oh god... Why? Why are you being... ...so nice to me? I can't understand... I can't understand! I just... ...can't... ...understand... Flowey ran away... Ich nehme ich auf! Danke! Gott sei fucking Dank! Undertale! Okay, bei Toby Fox Ähm Logo des... Oh, wow, wow, wow What? What? Ähm Other monster des... Frage, 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 Frage Es ist was, was ich nicht gesehen habe What? Oh Okay Ähm Oh, oh, oh Heya Is anyone there? Well, I'll just leave a message Since you left, things down here are different With Asgore gone, Undyne became the ruler of the underground She's decided to destroy every human that comes here And since the human souls disappeared She's also looking for a new way to break the barrier And when she does, she's going to wage war on humanity I mean, that was Asgore's plan too But he was really, uh, bad at it Undyne has also expanded the royal guard massively She says the first thing she'll do after we get out of here Is take her army And personally hunt you down and destroy you Meanwhile I've been knocking on the door to the runes But that woman hasn't been answering me Maybe she's not feeling well Yeah Ich bin mir sicher sie wird ihr eines Tages wieder antworten Hey sons, were you talking to? Oh, just the human Oh, cool Wait, did you say the human? C-can I talk to them? Sure, knock yourself out Hey, Undyne's the empress now It's amazing And she appointed me to be The most important royal position That's it That's literally the title What do I do? She told me to, um Stand around and look cute Well, that's the perfect job for me I do that all the time without trying Finally, I'm important And it's all thanks to you And the horrible things you did Thank you, human Come back and visit sometime Wait, Undyne probably would kill you But, but you'd get to see me So you gotta risk it You gotta See you soon Okay Um, hi Hey Since you defeated me I've been thinking Is killing things really necessary? I, I honestly don't know anymore I have a quest for you Prove to me Prove to me you're strong enough to survive Get here from the beginning Without killing a single thing And I won't kill the king Then you'll have your so-called happy ending So, what will it be? Will you prove yourself? Oh, will I get to watch you suffer? Either way, I'm interested Hehehe Okay Wo stehen wir jetzt? Ich muss mal grad mein Safe State anschauen Continue Reset The End Ähm Verfickte Blume So, jetzt ist der Punkt gekommen An dem man das Spiel resetten kann Und es hat auch Einfluss auf die weiteren Spielverläufe Ähm Es gibt zwei Sachen, die als nächstes anstehen Entweder den Pazifistenrun niemanden zu töten Oder den Genozidrun alle zu töten Ähm Ich wäre eigentlich gewillt Zuerst den Genozidrun zu machen Weil Ähm Quasi der Pazifistenrun würde natürlich das Wahre Happy Ending bringen Quasi End, End vom Spiel Ähm Natürlich ist der Genozidrun dann wieder interessanter Weil auch glaube ich neue Gegner dazukommen Von daher Ah Ah Ich weiß es nicht Ich weiß es wirklich nicht Ähm Okay Ich denke, wie gesagt Mein Jetzt hat sie mir gesagt, ich soll niemanden töten Also Interessanter wäre es, wenn ich den Genozidrun zum Schluss aufhebe Ähm Logischer wäre es, wenn ich den Pazifistenrun zum Schluss aufhebe Wenn ich dieses Video hochgeladen habe, weiß ich nicht, ob ich schon eins von beiden angefangen habe Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es drunter Ähm Ohne große Spoiler nach Möglichkeit, wenn es jemand weiß Aber Whatever Continue Okay Wenn ich Continue mache, dann bin ich wieder bei diesem wundervollen Kampf Bei diesem wundervollen Wundervollen Okay Ähm Ja Das war Undertale Für den ersten Playthrough Minimum zwei werden noch folgen Ich freue mich Ich bin hyped wie sonst was Bis dahin Als ich dann ver提 life を Bis dahin